Jetzt kommt mein nächstes Video. In diesem Video werde ich eine Riesentruhe öffnen und eine Lifehide machen. Jetzt beginnt das Video. Zuerst werden wir die Kratztruhe öffnen und danach die andere Truhe zuerst. Gold, Lakaim, eine Rakete, eine Silbertruhe, Gold, Lakaim, Roll und Speer Koblenz. Die Riesentruhe werden wir jetzt öffnen und schauen, dass ihr hoffentlich gute Karten bekommen. Das heißt, wir öffnen jetzt die Riesentruhe. So, 57 Gold, freut mich sehr. Ein Grabstein, 13 Kohlthütten, 122 Pfeile. Kann man mal so machen. So. Jetzt spinnt das WLAN. Die eine Karte, die andere Karte, die jetzt auch noch öffnen. Ich hasse, wenn es wieder entspannt. Jetzt nicht. So. 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 jetzt beginnen wir mit dem Testspiel. Jetzt beginn wir mit dem Testspielen. das test spiel und er ist ein klick oder gut so wie weit wir kommen und ob wir vielleicht verliehen oder hat nichts heißt hier hätte ich nicht gedacht dass der so ein potenzial hat eingreifen wenn ich eine relativ gute taktik aber ich bin ja nicht jemand der so oft das geben spielt deswegen bin ich nicht talentiert ist in diesem spiel ich bin es nicht übel aber wenn ich so wenig spiele habe ich auch wenig chancen jetzt dort in dem spiel so gut zu sein so ich glaube das spiel werde ich nicht gewinnen schon mal über luftruppen hat der hexe das schilder ich glaube dieser angriff wird nicht für mich ausgehen aber was kann man machen so jetzt habe ich mal die riesen und die das muskel hier gesetzt und ich habe vielleicht irgendwann in der nächsten zeit wenn ihr wollt ein supermagical chest opening machen da freue ich mich schon sehr darauf schreibt einfach mal in die kommentare ob ihr das haben wollt oder nicht das ist ein paar supermagical chest öffnet ihr wollt es mir will sehr viel spaß machen einfach die chest zu öffnen aber lasst es einfach euch wissen indem es in die kommentare schreibt so ja jetzt das angriff wird ein bisschen knapp 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 aber wird wahrscheinlich das wohl wenn wir haben mit zwei gewollt sag mal gutes spiel sobald der kanal offen hat werde ich ihn verlinken und er wird mir auch eine kleine verfügung wird mir auch einen kleinen betrag da lassen um dieses chest openings zu finanzieren ja das heißt öffne ich da jetzt mal ein paar sachen ich würde sagen sehen wir uns im nächsten video ich hoffe euch hat das video gefallen ciao